hey munis 2016 war ein sehr aufregendes jahr für uns alle wir möchten danke sagen danke viel ganz unterstützung danke dass ihr sailor moon am leben erhalten habt sailor legend war ein großartiges projekt von fans für fans wir haben zusammen die ankommen von sailor crystal in deutschland begrüßt und haben eine neue legende willkommen heißen in diesem sinne danke nochmal für alles aber nicht nur wir auf dem sailor moon german team möchten uns bedanken sondern auch unsere sailor moon moon prism power make up und beschere den sailor moon fans ein unglaublich tolles neues jahr 2017 werden wir wieder gemeinsam für liebe und gerechtigkeit kämpfen eure sailor moon und natürlich sabine bohlmann